Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Im Bett bist du echt ne Null! Tja, der beste Jockey kann nichts machen, wenn das Pferd tot ist. Wie nennt man ein junges, starkes Schwein? Ferkules! Newton, ich bleib heute daheim und chille. Das können wir so nicht veröffentlichen, Isaac! Na gut, schreib auf. Erstens, newtonsches Gesetz. Ein Körper bleibt in Ruhe, solange die Summe der auf ihn wirkenden Kräfte Null ist. Polen haben keine Hände. Polen haben Klauen. Umfrage zum Weltfrauentag. 95% der Männer finden diesen unnötig, da Frauen schon oft genug ihre Tage haben. Kühe töten 22 Menschen pro Jahr, Haie nur 5. Aber wer schreit schon panisch, wenn eine Kuh auf ihn zuschwimmt? Mr. Bush, welchen Beweis haben Sie, dass der Irak Massevernichtungswaffen besitzt? Wir haben die Quittungen behalten. Der Bachelor in Saudi-Arabien, erste Folge. Ich nehm alle. Lustig, dass Frauen Gummipuppen oder andere Sextoys für den Mann total eklar finden und einen Mann, der jenes besitzt, niemals daten würden. Aber selbst den Mega-Echthaut 50 cm Schamlippen flatternden, Kitzler, totfibrierenden, G-Punkt zerstörenden, Doppelloch penetrierenden Afrika-Super-Wambo-Ultramaster 3000 im Nachttischschrank liegen haben. Boah, ist mir warm. Hab gerade gedacht, wie cool es wäre, sich zur Bushaltestelle teleportieren zu können. Ja, ich bin selbst drauf gekommen, wie dumm ich bin. Wenn alle Stricke reißen, bist du zu dick für die Schaukel. Herr Ober, zahlen bitte... 34, 1, 66, 54 und weil sie es sind, noch die 17. Oh, süß, der Kleine. Ist das ihrer? Es gibt einfach Dinge, die man im Kindergarten lieber hört, als in der Sauna. Seitdem mein Vater in einem Minenfeld gestorben ist, habe ich beschlossen, nicht mehr in seine Fußstapfen zu treten. Je sozialer der Beruf, desto asozialer das Gehalt. Netflix und chill ist von gestern. Amazon Prime und Hammer ihn rein ist die Zukunft. Denkst du wirklich, dass ich leicht zu haben bin? Nein, du bist schwer zu wollen. Bist du bekloppt und nicht Plenplen, dann abonniere Master Jam.